Hallo meine lieben YouTuber und willkommen auf meinem Kanal. So wir sind jetzt hier unterwegs im Robur, im kleinen Bus der DDR. Schaut euch mal das schicke Ding an hier. Und hier ist schon richtig was los. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Nachher gucken wir uns mal ein paar schöne Trabis an und so. Winken wir mal. Servus. Servus. Ich habe jetzt einfach mal ganz spontan die netten Menschen hier angesprochen, ob ich mal eine Runde im Robur Bus mitfahren darf und ja, haben mich gleich mitgenommen. Weil ich war ja bisher nur im Museum, aber nicht hier. Ah, guckt euch das an. Heimatgefühl. Oh, ist das geil. Mit bei Wagen. Schön. Wir waren wahrscheinlich hinter euch. Einmal winken. Geplant auf meinem Kanal ist es, dass wir immer kurze Videos in Abständen machen, weil sonst dauert das wieder Ewigkeiten mit hochladen oder er lädt es dann wieder nicht hoch und dann ärgere ich mich dann wieder schwarz. So, auf jeden Fall, äh, sind wir gleich irgendwo hier auf dem Parkplatz. Ich bin es noch nicht rum. Später machen wir dann noch hier eine kleine Runde. Selbstverständlich werde ich hier auch fotografiert und gefilmt, aber es ist alles gut. Es ist auch schön. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. So, ich würde sagen, wir sehen uns später gleich nochmal wieder. Und dann, wir schauen uns später nach, um Lebensmil monathefen zu einfach datasetลuchen lassen. Die Zeitung muss ich die Zeitung mitunterneğı tragen. Vielen Dank.